Musik Liebe Jugendliche im Bistum Essen, 72 Stunden Aktion, wir sind mittendrin und ihr seid unheimlich aktiv. Dafür mein ganz herzliches Dankeschön. Es ist super, wie ihr euch engagiert und ich hoffe, dass ihr auch ganz viel Freude dran habt. Denn es ist doch ein ganz großartiges Bild, was ihr nach außen auch sendet, auch in die Gesellschaft hinein, dass sich junge Menschen engagieren, dass sie Projekte für Menschen in Not, für ganz konkrete Hilfsprojekte, für Dinge, die vor Ort ganz wichtig sind und dass ihr das auf die Beine stellen könnt, dass ihr durchhaltet und 72 Stunden lang zeigt, es lohnt sich, sich zu engagieren. Dafür mein ganz herzliches Dankeschön. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß und Freude dabei und dass ihr am Ende sagt, das war eine ganz tolle Aktion und dass ihr daran Spaß kriegt, in der Jugend euch zu engagieren. Musik 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 Musik